Also ich bin gerne hier, weil ich bin gerne in Ehinge. Ich kaufe immer ein, finde der Wochemarkt toll. Ich genieße es, mit meiner Freundin mich zu treffen und einfach einen wunderschönen Abend hier in Ehinge zu haben. Schon einiges besser wie daheim auf dem Sofa. Und dass da viele Leute da sind und man einfach zusammen alle gemeinsame Filme anguckt. Und da kommen da immer sehr gute Filme. Das wäre immer gut ausgewählt. Es ist immer was Gutes dabei, auch für Kinder und Erwachsene und für Jugendliche. Was bringt man mit als Erfahrene Zuschauer beim Open-Air-Kino? Klappstuhl und Decke. Ihr habt es euch ja richtig gemütlich hier gemacht. Also anstatt sich hier auf einen von den Plastikstühlen zu setzen, habt ihr auch eigene Picknickdecke ausgebreitet. Ja, das kommt immer daher, dass wir keinen Platz mehr gekriegt haben. Daher die Decken. Sonst sind sie eigentlich eher zum Zudecken da. Der Rest bekommen wir hier. Zum Beispiel, was haben sie dann? Heißen Creme, Cappuccino, Popcorn und Bier. Das ist ganz herrlich. Vor allen Dingen am Freitag, wenn das Feuerwerk dann noch stattfindet. Was guckt ihr euch denn heute an? Skyfall. Warum habt ihr euch gerade für den Film entschieden? Einfach so. Wir hätten eigentlich schon gesehen, weil es Samstag war. Habt ihr denn sonst noch Lust im Laufe der Woche euch noch mal einen der Filme anzuschauen? Ja, morgen kommt ja Le Miserable und den möchten wir auf jeden Fall auch noch angucken. Man in Black wahrscheinlich noch. Einfach selber kommen und gucken. Entspannend, ein Stück Urlaub und ist in der Heimat.